Herzlich willkommen hier im Autohaus Sinoglu. Mein Name ist Sven Ludwig. Ich darf Ihnen heute einmal diesen Skoda Octavia aus dem Huawei 2020 vorstellen. Zur Ausstattung, Parksensoren vorne und hinten, volle LED-Scheinwerfer, Alufelgen, den Innenraum. Schauen wir uns gleich einmal gemeinsam an. Im Fahrzeuginnenraum haben wir einmal das Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, welches beheizt ist, mit Tempomat und Limiter. Außerdem verfügt dieses Fahrzeug über Sitzheizung bei den beiden Vordersitzen. Beide Vordersitze sind elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion. Wir haben einmal das große Touch-Display, wo im Moment das Radio angezeigt wird. Handy-Verbindung ist möglich, Navigation ist dabei, Parkassistent ist dabei mit Rückfahrkamera. Das Fahrzeug kann außerdem einmal noch die größere Ansicht herstellen. Weiter unten sehen wir das Automatikgetriebe, elektronische Handbremse mit der Auto-Hold-Funktion und einmal die Anlage ist auch über das Touch-Display zu bedienen. Fahrzeug verfügt auch hinten über Sitzheizung und einmal Einlüftung. Sollten Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Fahrzeug bei uns auf dem Hof haben, können Sie sich gerne telefonisch bei mir melden. Autohaus Inoklu. Die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch.